Musik Unter Schleißheim ist in den letzten Jahren immer bunter geworden. Grauer Beton wurde kreativ gestaltet und es macht Spaß, immer neue Motive zu entdecken. Die Street Art kam bei Ihnen gut an, deshalb suchen wir weitere Flächen, die gestaltet werden können. Bei unserer Umfrage auf Konsul können Sie Motivvorschläge machen und uns Flächen nennen, die gestaltet werden sollen. Außerdem beteiligen wir Sie bei dem nächsten schon geplanten Projekt, der Unterführung am Bahnhof-Lohhof. Bei mir sind heute Justus Körken und Viktor Hörig. Wir haben ja beide unsere Unterführungen schon gestaltet. Viktor, was ist euch denn dabei immer besonders wichtig? Also zuerst einmal ist uns wichtig, natürlich die Bilder schön an die Wände zu malen und weiter aus diesen grauen Wänden erlebte Passagen zu machen. Was macht besonders Spaß, Justus? Ich glaube, besonders Spaß in der Arbeit in Unter Schleißheim hat uns immer gemacht, dass wir viel kreativen Spielraum hatten, uns die Motive viel selbst überlegen konnten, was nicht selbstverständlich ist bei Arbeiten im öffentlichen Raum. Und gerade dieses spontane Arbeiten hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Und wir können euch beide doch sicherlich für weitere Projekte in Unter Schleißheim gewinnen. Ich glaube auch, ja. Ja, okay, super. Ich glaube, das ist schon mal ein paar Minuten. Ich glaube, das war ich. Vielen Dank.